Katalog Nummer 15 Fabuleux von Fürst Romancier Contendrus Bube Mit Fabuleux erscheint der geschmackvolle vierjährige Wallach des Fürst Romancier aus seiner Mutter von Contendrus Bube unter seiner Reiterin Teresa. Fabuleux ist hervorragend ausbalanciert und gibt seinem Reiter ein gutes Reitgefühl. Eine richtige Championats-Offerte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020